Leute, genau wie ihr kennt das, Riko 999, Gene 999, alles ist 999, wenn ich jetzt gewinne. Hey Leute, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Wie ihr sehen könnt, ist meine Nita gerade auf 951 und wir werden sie jetzt auf 1000 pushen mit dem Spinner und dem Snow, die übrigens auch mit mir im Discord sind. Hi. Ja. Und ja Leute, wenn ihr sowas feiert, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr jetzt schon einen Daumen nach oben da lasst und wenn ihr mich noch nicht kostenlos abonniert habt, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr das tut und die kleine Glocke aktiviert. Gebt auf jeden Fall euren Freunden Bescheid und teilt mal den Kanal und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, wir kommen jetzt mal zu dem ersten Game, Leute, wir haben gerade schon den Winstreet gehabt, beziehungsweise ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt noch für euch die letzten paar Games auf, für die letzten 50 Trophys. So. Tschüss. Oh, close. Oh nein, das war so close. Nice. Sehr schön. Leute, diesen Modus, ohne Scheiß, ich liebe diesen Modus, man pusht so schnell. Ich habe, wie gesagt, mit Zwisser und Snow eine 70er Winning Streak nachts gehabt. Und heute läuft das auch sehr, sehr gut. On Stream feiert ihr das auch. Und ja, ihr seht selber, ne? 2 zu 0 in ein paar Sekunden. Lol, wir haben direkt ein Game gefunden. Normalerweise suchen wir so um die 5 bis 6 Minuten. Okay, jetzt. Konzentration. Das ist ein guter Gegner. Warte, ich glaube, ich glaube... Nice. Schieß einmal. Nice. Sehr schön. Irgendwie haben wir heute schon zweimal gespielt. Oh, ich kann da nicht gegenschießen, ne? Oh, nice. Rosa hat ihre Ulti gewastet. Zwischenbranz. Ähm, egal. Alles gut. Ja, 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 alles gut. Ist Rosa tot? Nein? Nice. Sehr schön, sehr schön. Geh, 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 geh. Jawohl. Ja, alles gut. Nice. Let's go. Sehr schön. Direkt ein Game gefunden. Und direkt auch gewonnen. So, wir haben ein nächstes Game gefunden. Ich hab jetzt... Ja, das sind wir. Muss man sagen, meine Te-Mates. Wir sind nur am Schwitzen. Also das sind jetzt auch nicht die besten Spieler, ne? Aber die sind nicht... Keine No-Nims. Nice. Warte, warte, ich hab gleich... Oh, Jimmy ist das. Jimmy, ich hab meine Freundschaft so. Die ein paar Ideen, glaube ich auch. Oh. Ich hab' nicht was. Oh, warte. Oh, ich hab' mal... Jawohl, ich kann noch schießen, Leute. Let's go. Ich kann noch ausschießen. Warte, ich hab' Bär, warte, ich hab' Bär. Oh, nee, warte. Oh, nee. Warte, egal. Ne, und unsichtbar. Ne, und unsichtbar. Nein, ich muss das Ding kaputt machen. Alles gut. Ich hab' jetzt wieder kein... Äh, Bär. Noch zwei... Kein Schuss. Ich muss die Heating Station kaputt machen, sonst rennen wir ja nicht mehr raus. So, jetzt. Jetzt zieh' ich mich durchgehend. Charge durch, oder? Okay, nee, warte. Oh, war das knapp. Aber sowas von. Sehr schön, Leute. 1 zu 0. Ich hab' Ah, na, warte. Ich komm, ich komm, ich komm. Warte, ich hab' gleich Bär. Ich hab' gleich Bär. Nice. Äh, Leon ist unsichtbar. Pass auf. Das war's. Nee, links. Nice. Egal, lass der Fynn, lass der Fynn. Safe. Okay, dann lauter Busch. Sehr schön, komm. 9 Sekunden. Okay, dann haben wir jetzt. Das war's. was wäre drin ist noch in der luft 31 trophies sowieso gerade echt lange leute für das game deswegen leute lasst auch ihre jetzt einen fetten daumen nach oben falls es noch nicht getan hat weil es tut so spannend wieder einer 35 später zu pushen 20 ich habe wlan zeichen ich hatte wlan zeichen hattet ihr auch es ist okay ich habe jetzt meinen bär ich gehe gleich mit datenvolumen kurz spielen aber mein wlan ist eigentlich fein sehr schön leute noch 25 trophies so nach zehn jahre haben wir endlich mal ein game gefunden oh kracht den magst du gar nicht oder den gegen die magst du dich nicht so oder oder war das besser einer hat doch irgendwas gegen kracht gehabt oder so können wir corneren können wir es noch ich habe aber nicht mehr da kann ich nicht mehr dann kann ich nichts machen ich habe es noch nicht zu machen die blöde es auch ich habe es auch alle gute gegner aber wir haben auch eine bessere combo beziehungsweise mit aus der strafe weil ich möchte und wäre ich kann ich mich nicht warum schießt du nicht ja genau diese aktion zu sagen hatten wir doch heute schon mal da kommt manchmal kann man nicht schießen nein nein manchmal kann man nicht schießen das habe ich doch auch manchmal die mit dem ich habe mich bär ich habe mich bär oh nice die mich bär ich habe jetzt jetzt Jetzt! Let's go! Oh, noch 19 Trophys Let's go Der Fokus ist hier, Leute Der Fokus ist da Oh shit, ich hab grad nicht nach rechts geguckt Ist rechts irgendwas? Ah ne, alles links Ja, ich hab schon gesehen Geh du mich? Ja, ich geh Die kommen schon alle zu mir Ja, ja, geh, 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 alles gut Ich hab auch meinen Bär jetzt gleich Nice So, ich hab meinen Bär Ich schmeiß rein Ah Ich hätte vielleicht... Nice Yes, let's go Leute, genau, wie ihr kennt das, ne Rico 999 Jean 999 Alles ist 999 Wenn ich jetzt gewinne Schon wieder Alle meine Brawler enden bei 999 Puh, wir haben ein Game gefunden Nach gefühlt 100 Jahren endlich Und dann spielen wir gegen Doppel Crow Nice Aber Crow geht mit mir nicht Ein Bär halbes GG Oh Leute, schreibt in den Kommentaren, was soll ich als nächstes auf 1000 pushen Oder auf Rang 35 Also ich glaube Also ich glaube der nächste auf 1000 Oder 35 Wird vielleicht Max oder Einen von den neuen Brawler, ne Aber ich muss erstmal Max Maxen, dann ist viel angenehmer zu spielen Ja, ich glaube auch, dass er verlängern könnte Aber ist egal Warte Warte Ich hab Bär Warte, hier nicht hoch Hier nicht hoch Dann schmeiß ich Bär rein Dann können die eh nix mehr machen Jetzt Ja, dash 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 Nee, der spricht Vertrauen Nice Oh 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 nein, die haben den Oh Du bist so weit Dann hättest du dich hinrennen müssen Ja Sie haben's Warte, ich hab Bär jetzt Einen Schloss Flips Flips Der ist halt schwer, ne Doppel-Cross Nervig Oh mein Gott, lol Oh mein Gott Okay, passt jetzt Ja, dann haben wir wohl diesen 999 Cursed Ach nee, wir sind wieder bei 999 Oder? Ja, ich kann's schon nicht mehr Absolut lustig So, diesmal haben wir ein bisschen schneller ein Game gefunden Und zum Glück spielen wir jetzt nicht wieder gegen Doppel Brawler Ah, passiert ne Leute Erster Lose Aber Es ist besser, du musst hinten Ich hab fast meinen Bär Dann können wir Okay, nice Ich hab fast meinen Bär Dann können wir Ich hab's schon Ich hab's schon Sehr schön, Leute Let's go Puh Jetzt sind wir wieder bei 983 Let's go So, oh Diesmal spielen wir gegen ein ganz anderes Team Ja, ja, bleib hin Mord ist bei mir durch Leute Ich weiß nicht Schreibt mal in den Kommentaren auch Ob ihr auch diesen Movement Bug habt Manchmal bleibt einfach eine Sekunde stehen Ich mach Also Ich weiß nicht warum Das ist so ran Das nervt mich Das hat mich auch schon spiele gekostet Weil ich in den verschiedenen Situationen Einfach mich nicht bewegen kann für eine Sekunde Was ist das denn? Was ist das denn? Leute Clean Leute Das ist wieder das schnellste Game Ever What the hell Wir sind auf jeden Fall Leute Zwei Games Vor dem Mullen Vor dem Mullen Vor den 1000 38 Sekunden Matchmaking dauert länger als das Spiel So Oh Nochmal Ne Bibi Ne Ich würde auch so Leute Ich würde gerne auch so ein Spike Plüschi haben Spike Plüschi haben Warum drehen sie sich? Kennst du die? Oh no Ich hab gehlt Aber Snow kennst du wahrscheinlich Was ist denn? Hä? was denn? Was denn? ich habe gedacht primus rechts durch primus rechts durch meine hälfte erst von meinem täglich da muss man back hast du gesehen irgendwie schreckt man hätte ich gehen nach hinten und dann stehe ich eine sekunde ich muss mit euch mein spiel neu installieren oder so das habe ich aber auch erst an dem update sehr schön let's go dieser movement back nervt mich wirklich also random einfach stehen bleiben und sich nicht zu bewegen für eine sekunde ist absolut los leute das matchmaking doppel primo jawohl das matchmaking dauert 100 jahre alter und dann spielen wir gegen sowas doppeltrow jetzt doppelt primo wenn wir auf 35 später pushen und sowas ist die ganze zeit ist sicher dass du mordest und die modellten ganz ich habe schon zurück weiter was auch nicht nicht passen aber ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich kriege die nicht tot Oh shit, ich hätte meinen Bär zu mir. Geh, 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 geh. Er ist nur übergesprungen. Überraschung. Oh mein Gott, Leute. Doppelt. Primo. Nice. Ich hab gewastet. Sehr schön. Warte, ich push off? Okay, jetzt. Nice. Let's go, sehr schön. Endlich können wir den Mietern. Ah, erstmal nicht mehr. So Leute, ähm, ich würde jetzt sagen, wir haben die... Wir haben Level 30 endlich erreicht. Und ja, 999 hätten wir jetzt und hatten einen Loose, ist okay. Nehmen wir mit. 500 Star Points. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, Leute. Wenn ihr jetzt einen Daumen nach oben da lasst. Und, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mich jetzt kostenlos abonniert. Und die Glocke aktiviert, um nichts weiteres zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns morgen um 13 Uhr, wie jeden Tag auch. Und heute oder heute Abend im Stream. Ciao, haut rein. Danke an Swissa und an Snow. Bitte. Tschö. Julie 界 kin Gimme Untertitelung des ZDF, 2020